Hallo ihr! Ich stelle euch heute die Strategiespiele-App Clash of Clans vor. In dieser App geht es darum, ein eigenes Dorf aufzubauen und dieses mit der eigenen Armee zu verteidigen bzw. andere Dörfer anzugreifen. Nachdem die App geöffnet ist, blickt ihr direkt auf euer Dorf und eure Armee. Im Shop könnt ihr kostenlos erweiterte Funktionen hinzukaufen, um das Dorf zu einer uneinnehmbaren Festung auszubauen. Je besser euer eigenes Heer ausgerüstet ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, einen klaren Kampf zu gewinnen. Je mehr Feinde ihr angreift, desto mehr Ressourcen stehen euch zur Verfügung. Ziel des Spiels ist es, möglichst viele Pokale anzuhäufen, die quasi die Punkte von Clash of Clans darstellen. Pokale lassen sich sowohl bei der Verteidigung als auch beim Angriff sammeln. Aber jetzt ist eure ganz eigene Strategie gefragt, die auf möglichst viele Errungenschaften abzielt. Freigegeben ist die App ab 13 Jahren, im Hinblick auf In-App-Käufe solltet ihr euch vorher aber unbedingt informieren. Mehr Infos zur Spiele-App Clash of Clans findet ihr auch im Apps- und Ups-Bereich auf www.handysektor.de. Euch noch einen schönen Tag und bis bald!